So, hallo, servus. So, wir machen jetzt weiter mit Wukong. Ähm, ja, dort, wo wir auch letztens aufgehört haben. Wir sind immer noch Kapitel 2. Und hier an der Stelle haben wir aufgehört. Ich mach natürlich, hab natürlich nur einfach einen Cut gemacht. Und jetzt nehme ich einfach den nächsten Part weiter auf. Auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter. Schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall noch ein bisschen entfernt von Kapitel 2 Ende. Erst dort noch einen kleinen Augenblick. Ich denke mal, ein Part hier und noch ein Part. Und dann sollten wir vielleicht schon am Ende sein. Danke, dass du durch kannst und ich verdammt noch mal da nicht durch kann. Ist schon klar. Ist klar, dass ich nicht durch kann. Ich bin ja auch ein fetter Affe. Wahnsinn. So, was haben wir denn jetzt hier? Da kommen wir durch, ne? Ja, ich gucke noch mal nach rechts. Rechts. Ob wir da noch was vergessen haben? Genau, hier ist, glaube ich, die, ähm, Rasselbande später, oder? Ich weiß gar nicht. Verpiss dich. So, adios. Müssen wir später noch mal herkommen, sowieso. Also, jetzt gehen wir erst mal hier durch. Ist das wieder dieses Ding? Ja. Für unseren Trank, ne? Ich hoffe, ich habe da von denen, äh, nichts vergessen. Duft-Erbe. Die brauche ich auf jeden Fall. Warte mal, war da noch was? Nee, ne? Sackgiss, ich bin nicht, nehme ich mir meine Verwandlung. Brenn. Brenn in der Hölle. Ach ja. Brenn, Brenn, Brenn. So, Rastenname. Na, warte, 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 hier. Bumms, den weg, bitte. 1928, boah. Nicht schlecht. Sehr schön, meine Affen. Die Armee der 12 Monkeys. Das geht auf jeden Fall voll aufs Mana, ne? Wenn ich die Affen rufe. Und krass. So, wir kriegen jetzt nochmal einen Miniboss. Ne? Ja. Mhm. Ein bisschen. Böse. Ja, hat geschmeckt, ne? Das hat dir geschmeckt. Das hat dir geschmeckt. Hier bin ich. Ah, ist ja gut, Alter. Ist ja gut, ist ja gut, Mann. Und gefällt dir das? Ah, ich kriege die Rasseltrommel von dem, damit ich rasseln kann? Das ist natürlich okay. Wusste ich jetzt nicht. Dann kriege ich die Rasseltrommel von dem. Ah, okay, 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 okay. Passt, passt für mich, passt für mich. Also hier gibt's, glaube ich, jetzt nicht mehr viel, ne? Hier kommen wir halt einfach beim Steinboss halt nochmal raus. Dankeschön. Glasierte Reliquie. Schauen wir nochmal, was der nochmal macht. Die Rarität. Kleine Menge Ausdauer beim perfekten Ausweichen. Jo, ist okay. Ich liebe es, wenn ich treffe, ich schwöre es dir. Wollte doch einfach nur mal treffen, warum nicht? Warum schaffe ich das nicht? Komm wieder. Warte, meine Nase juckt. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Okay, ja. Ich glaube, das war's, ne? Hier sind wir halt dann wieder beim Steinboss. Passt. Jetzt bin ich ein bisschen verloren, warte mal. Ne, hier rutschen wir runter, ne? Ja, okay, das wollen wir ja nicht. Dann kommen wir da. Wo wolltest ich nochmal hin? Achso, ja. Wir können jetzt die Quest vom Wildschwein und so machen. Könnten, können, können, können. Und die Rasselbande müssen wir noch machen, ne? Wo ich überlege gerade. Was ich als erster machen möchte. Ne, okay. Wir machen mal den, ähm. Machen wir mal, machen wir mal, machen wir mal, machen wir mal. Ich überlege gerade. Wir haben immer noch einen Schrein. Wildschwein-Quest kenne ich ja eigentlich. Das ist gar kein Problem. Wir müssen noch hier die Gegner platt machen. Da oben ist auch nochmal ein Boss hinter dem, ähm, Sandwasserfall. Das muss auch noch gemacht werden. Einfach so viel noch zu erledigen. Okay, gut, ähm, ich werde jetzt mal Geister bergen. Habe ich einen vergessen, oder was? Den Tigerlakei. Ah, okay. Ähm, wir reisen mal. War das hier? Siegeltor, war das hier? Wir können auf jeden Fall, ähm, den Siegeltor nutzen, ne? Ich meine, ist sehr egal. Das können wir auf jeden Fall nutzen, hier. Okay, ich versuche jetzt die Rassel-Quest zu machen, erst mal. Und danach machen wir den Wildschwein. So, ähm, das führt uns wieder zum Boss, Kapitel-2-End-Boss. Wir waren ja schon da oben, ne? Von daher. Wir haben es jetzt nur aufgemacht. Und wir laufen jetzt hier den Weg weiter. Was denn los? Was ist denn los? So, genau. Und den machen wir auch noch. Der gibt uns auch nochmal einen Geist. Ich würde sagen, wir benutzen hier bei dem einmal den. Und einmal den und gib ihn. Auf geht's. Meine Gauisten. Hä? Hallo? Jawohl, jawohl. Braucht mich zu verwandeln, ne? Ich glaube, wir schaffen das auch so. Dankeschön. Ja. Also diese zwölf Monkeys, die sind schon nicht schlecht, ne? Blau-Augiger-Dau ist. Ich glaube, damit können wir uns buffen, ne? Und nochmal Dufterbe. Dufterbe ist nice. Ruhe. Ruhe. Ach, komm, hör doch mal auf. Hör doch mal auf. Komm schon, komm schon. Komm näher. Komm näher, ja. 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 Okay, ich sterbe, ich sterbe. Alles klar, ich sterbe. Ja, danke schön. Bist. Tschüss. Tschüss, du Insekt. Ach, endlich bin ich da. So, nach der Brücke links fängt eigentlich die Quest an, ne? Immer triggern. Und dann müssen wir wieder zu diesem einen Dorf. Ruhe im Karton. Hier müssen wir hin. Ich hoffe, ähm... Ja, genau. Komm mal. Ich bin doch schon da. Der Little Monkey ist doch schon da. Ich benutze das doch jetzt schon. Alter, verpisst euch doch mal weg. Kommt denn da alles noch hinterher? Das gibt's ja nicht. Wo bist du denn? Will doch mal hier das Ding benutzen jetzt. Benutz mal. Rassel, rassel, rassel. Wunderbar. Habe ich gut hinbekommen. Alle, wir haben vier Punkte. Das... Ich bitte dich. Ich bitte dich. Gut, dass ich Fokus... Okay, das war jetzt ein Teil von der Quest. Jetzt müssen wir zu diesem einen Dorf. Zu dem Dorf müssen wir... Wie kommen wir am schnellsten da hin? Ja. Okay, gut. Wir laufen erstmal hier noch weiter. Wir laufen hier nochmal weiter. Das wir erstmal hier weiter erkunden. Weiß gar nicht, wo wir nochmal hier rauskommen. Ah, okay. Ist klar. Passt. Passt, passt, passt. Ist gut. Ich weiß gar nicht, ob wir von der Seite öffnen können. Wahrscheinlich nicht, oder? Können wir von hier öffnen? Nee. Wir können nur von der anderen Seite. Okay, gut. Aber passt. Dann nutze ich... ein Rückkehr-Item. Und... gehen zum Dorf. Ich weiß gar nicht, ob wir da hinreisen können. Haben wir da was in der Nähe gehabt? Was können wir uns dann bauen? Zeig mal. Eigentlich gar nicht. Erhöht nach Verwendung der für kurzzeit, Max. Seit das, Max. Okay. Also erhöht mein... Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist, oder... stellt langsam eine kleine Menge Leben wieder her. Ja. Hm. Lassen wir mal. Wir werden auf jeden Fall mal reisen. Das ist das nicht. Das ist das auch nicht. Windruh-Brücke. Ich glaube, Windruh-Brücke hört sich gut an. Dass wir da am schnellsten dahin kommen. Weil wir müssen noch einmal rasseln. Definitiv. Ich muss gerade mal selber mich orientieren. Ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wir rennen mal hier an denen vorbei. Okay, das war nicht die Stelle, sondern... Okay, das war auch nicht hier. Warte. Also das war relativ am Ende, ne? Wir rennen einfach mal durch. Bitte hört doch mal jetzt auf. Was ist das denn? Nehmlich, nehmlich, nehmlich. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Ja, du mich auch. Du kannst mir nachher die Eier lutschen. Gar kein Problem. Komm, bitte. Ich glaube, das war jetzt hier rechts, oder? Ja, genau. Wir nutzen mal die Rassel-Bande. Rassel-Rassel. Dankeschön. Danke, 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 danke. Und dann bringen wir jetzt alle um. Und dann bumsen wir alle. Zombie-bumsen. Wir bumsen alle Zombies weg. Weißt du was? Warum kommen denn die Affen nicht raus? Mein Gott. Was ist das denn? Alle, wie viele IT denn? So, habe ich jetzt alle, ja? Nein, noch einer. So, und jetzt haben wir noch eine Stelle, wo wir hingehen müssen. Und zwar, da haben wir schon mal einen Boss besiegt. Da gehen wir jetzt hin. Und zwar, einmal Inventar, Rückkehr-Item benutzen, zurückgehen. Und dann gucken wir, dass wir hier die Quest wenigstens beenden können. So, jetzt reisen wir. Kapitel 2, reisen. Und zwar, gehen wir zum, ja, würde ich sagen, Dorfeingang. Dorfeingang. Oder wäre das andere viel schneller gewesen? Egal. Wir gehen zum Dorfeingang. Und von dort aus laufen wir jetzt. Oh, wir können sogar da durch. Ah, ist er noch schneller. Ja, ja doch, das passt schon. Weißt du was? Wir. Ey, das ist so behindert. Der Zauber ist einfach für den Arsch jetzt, gell? Ich kann den einfach nicht benutzen, ne? Den Zauber. Weil der mich einfach in der Animation unterbrochen hat. Das ist ja total behindert. So, jetzt mach den Scheiß wieder weg. Mach gar keinen Zauber. Ich laufe jetzt an denen vorbei. Das gibt's ja nicht. Ich mach einfach hier den Wolkenschritt. Und lauf. Dankeschön. Mir spaßt dies. So. Entschuldigung. So. Nimm ich hier. Rasselbande. Rasselbande. So. Hä? Ich glaube, der will mich verarschen, oder? Ja, natürlich. Ja, zeig. Lass uns spielen. Einfach in den Brunnen rein. Ist schon klar. Einmal gähnen, tut immer gut. Ja, lass uns spielen. Du dreckiger Köter, du. Du dreckiger Köter, du. Ja. Du bist so hässlich. Du bist so hässlich. Du bist so hässlich. Das ist ja richtig krass. Das ist ja richtig krass. Lass mich rein. Bitte lass mich doch. Verdammt. Du meine. Ich muss sagen, die Heilung ist aber auch für den Katz, wenn man keinen Vorbesteller hat. Ich habe auf der Playstation keinen Vorbesteller gekauft. Gott sei Dank fange ich hier an. Weißt du? Gott sei Dank. Ach, hier ist ein Schrein. Ist ja geil. Wusste ich gar nicht. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. So, jetzt haben wir den jetzt mal richtig weg. Hau den mal hier. Erst mal hier. Noch ein. Jawohl. Genauso. Das habe ich natürlich gerne. Das ist ja klar. Richtig. Ich habe das richtig gerne. Und wo sind meine Affen? Wo sind meine Affen? Wo sind meine Affen? Ähm. Oh. Das ist so geil. also auf dem pc war ich viel besser muss ich sagen irgendwie habe ich das gefühl ich habe wir eigentlich auch noch vier punkte die kann ich vergeben sollte ich auch mal machen viel level ups hier habe ich ja auch noch jahre laps kommt was haben wir denn hier erhöht die dauer von duplikaten wunderbar was haben wir hier noch erhöht den schaden nach dem einsatz von aufs haar genau erhöhen getroffene gegner die dauer von duplikaten auf jeden fall erhöht das maxima wunderbar maximal leben was haben wir hier was das erweckt 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 an nicht erweckt werden also ich brauche zwei punkte ist okay so schauen wir noch mal hier an was ich hier noch machen kann abhaltung aufladegeschwindigkeit der aufladegeschwindigkeit nimm es und jetzt um sich hinweg sprungs den sowas von weg medikament gegen böses so fickt den jetzt mal bitte hier gefällt dir ja die missgeburt das gefällt dir auch gern bestimmt gefällt dir das und das gefällt dir noch mehr ein bisschen richtig krass habe ich noch was hört doch mal auf wo soll ich jetzt wissen dass du den boden da irgendwie hoch muss ich muss sagen ich halte auch irgendwie nix aus diese beschissene heilung ist ja auch nix irgendwie aber gut aber gut was haben wir denn jetzt hier medikament gegen bösen nehmen wir mal das nehmen wir auch ich nehme jetzt mal hier alles alles was ich habe ist mir wurscht wir nehmen alles so einmal hier und jetzt einmal aufladen oder auch nicht jetzt ruhig aufladen darf ich mal ja hier dauer dauer heilen sag mal bist du so krass oder bin ich so scheiße nee ich bin so scheiße du bist nicht so krass ohne scheiß nee ich bin so knall ich so인지 sepricht Ich bin wirklich so scheiße. Definitiv bin ich das. Wahnsinn. Ja, mein Geist. Ja, gut. Ist ja gut. Ich meine, wir müssen ja auch nicht jeden Boss gleich hier. Erster Versuch machen. Jetzt waren es halt drei Versuche. Ist ja nicht so schlimm. Passt schon. Lass dir ruhig Zeit mit dem Öffnen. Lass dir ruhig Zeit. Solchen-Bangurte. Lecker, ne? Lecker, lecker. So, was macht denn da? Halbiert die Lebenswiederherstellung. Erhöht jedoch noch. Verwunder, gute Fuchs. Ja, ist ja noch schlimmer. Ist ja Wahnsinn. Ist ja noch schlimmer, wenn ich den benutze. Ist ja noch schlimmer. Noch weniger Leben. So, okay. Das haben wir gemacht. So. Jetzt reisen wir mal. Und zwar... Nicht da hin. Genau. Ich glaube hier hin. Da ist der Wildschwein und da haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Weil ich habe da noch nicht alles gemacht. Weil da war noch eine kleine Ecke, wo wir noch einen... ...ein Gegner platt machen können. Noch einen Boss machen können. Also wir haben jetzt aktuell noch eine einzige Quest. Und das ist die vom Wildschwein. Und danach können wir eigentlich dann den Endboss machen. Vom Kapitel 2, ne? Danach hätten wir das eigentlich... Also bei den Gegnern kann man diese... Wie heißen sie nochmal? Geisttränke farmen. Könnte man. Wenn wir machen, könnte man. So, ich werde jetzt nochmal hier clearen, weil... Warum sieht der mich? Gefällt dir, hm? Du Missgebot. Dankeschön. So, da oben ist ja noch ein Boss, ne? Ich weiß halt nicht, wir werden mal... Wir versuchen den mal gleich... ...auch noch zu machen. Und dann machen wir die Wildschwein-Quest. Und dann... Ja. Bin wir fertig. Okay. Lächeln. Kuck mal. Und dann? Ich binNein. stirbt doch einfach stirbt doch einfach apropos Blut des Eisen blablablas wir müssen mal gucken, dass wir unsere Geister nochmal upgraden so, noch ein Geist Schweres Select, wunderbar so ja, ohne, 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 ohne Dings ohne Mana weiß ich jetzt nicht weiß nicht, ob unsere Mana sich jetzt auffügt, wenn wir da durchgehen wahrscheinlich nicht, oder? von daher gehen wir mal schnell rasten ist er nicht so weit, von daher muss die auch noch machen warte, bevor wir da durchgehen weil zum Beispiel den Gegner hier habe ich auch noch nicht gemacht das würde ich gerne noch machen haben wir noch was hier, irgendetwas zum einsammeln ach so eine Mana oder Osten? na, was soll's hör doch einfach auf, hör doch einfach auf so, dann hab ich jetzt wohl alles hier, ne? ja hab eigentlich alles wir können natürlich auch den Trank noch aufwerten, ne? was wir haben das können wir natürlich auch noch machen weil wir haben zwei von diesen hör doch mal auf bitte, hör doch mal auf lass mich doch mal hier mal rasten warum kann ich das nicht verdammt noch mal so, wir gehen mal den Trank aufwerten erstmal ja, lasst euch ruhig Zeit mit der Ladezeit ich weiß auch nicht, ob ich jetzt den aufwerten sollte ich weiß, hab ich da eine andere Möglichkeit dass ich sage, okay neue Duftärre hab ich überhaupt eine andere Möglichkeit ich krieg hier jetzt sechs Aufladungen naja gut mach einfach ist scheißegal so somit haben wir sechs Ladungen reisen und zwar möchte ich doch nochmal hier hin und zu diesem einen Händler nochmal gehen B der verkauft mir jetzt nochmal von diesem Upgrade Material weil einen bräuchte man noch dann könnte man nochmal upgraden irgendwo habe ich glaube ich mal gelesen oder im Video gesehen dass man zu ihm nochmal später vorbeischauen soll ab einem gewissen Punkt aber ich weiß nicht ab wann dann hat der nochmal etwas Feines etwas Leckeres deswegen schauen wir mal ganz geschwind bevor wir jetzt die letzten zwei Sachen machen die können wir mal gut gebrauchen bitte bleib liegen bitte ist gut ich will doch noch was kaufen bitte ja hat er nicht ne 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 nope ok wir probieren jetzt mal den Boss da hinter dem Wasserfall danke du Missgebot ihr auch Dankeschön äh warum lebst du wieder alright hier ist unser Checkpoint und da oben gehen wir jetzt mal durchs Wasserfall hier ist sonst nichts mehr gell das ist jetzt wieder so die Questreihe von Long ne ok Long 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 lebe der Lungen ah bitte 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 The Long Man so mal gucken wie krass der ist das ist Schwarz Salon. Schwarz Salon. Kann ich meine Lakaien rufen, bitte? Sehr schön. Auf geht's. Meine zwölf Monkeys. Bumst den bitte weg. Alles ist ja gut, alles ist ja gut. Ähm, hast du's bald, oder was? Wie oft macht der den Scheiß dann? Oh, fuck you. Ich hab's ein bisschen übertrieben, oder? Aber wir haben fetten Schaden gemacht. Fetten Damage gemacht, muss ich mal sagen. Richtig hammerharten, krassen Schaden. Aber gut, dass wir hier anfangen wieder. Das Spiel ist sehr, ähm, moderat. Da war eine Fliege. Scheiße. Wo bin ich überhaupt hier? Dankeschön. du Pussy. Der war jetzt scheiße. Alter, der ist ja voll geil. Oh, wie krass der ist. Der ist ja gefällt mir voll gut. Gefällt mir. Der ist ja voll geil. Ja, ich kann mit der Verwandlung ausweichen. Ist auch scheiße. Ja, das war ja total Mist. Okay, machen wir noch einen Versuch und dann hören wir auf. Weil sonst dauert mir das zu lang. Ich muss den Part beenden. Oder, oder, oder. Oder. Wir gucken mal, was für Tränke wir nutzen können. Zeig mal, was haben wir denn hier als schönes? Mehr Leben ist okay. Dankeschön. Was haben wir noch? Erhöht Brandresistenz brauche ich. Schadensreduktion. Okay. Zwei Tränke können wir nehmen. Sonst haben wir nix mehr im Inventar. Definitiv. Ja. Wir nehmen das hier. Geile Reichweite, du Missgebot. Ja, ich weiß. dass ich ausweichen muss. Ja. Viel zu nah. Entweder ich tue den lähmen, wenn er das macht, oder ich muss ein bisschen weiter wegstehen, dass ich besser ausweichen kann. Oder, oder. Ich nehme die andere Haltung und gehe hoch. Das wäre auch eine Option. natürlich alle. Ist ja klar. Ja. Geht, verwandeln dich, Alter. Verwandeln dich, bevor du stirbst. Wieder. Ja. Wie viel willst du noch schlagen, Alter? Wie oft willst du noch schlagen, Mann? Ja. Das war's für heute. ja wie viel ja wie oft willst du noch schlagen keine ahnung weil ich dachte ich dachte nur ja dankeschön ja mach es noch hunderttausend mal auto mal ab wie beschissene fliege es gibt es ja nicht nicht verarschen oder was das reicht gar nicht oh mein gott was denn das hier jetzt das ist das war miss das war sowas von müssen da kann ich aber jetzt nichts dafür das war so ein mist ich hätte den geschafft wer dieser letzte schlag ich kann mich über verwandeln das geschieht der recht und missgeburt natürlich geschieht das recht ich hätte den schon besiegt meine schwere attacke gegen daneben egal geschafft ist geschafft alle wie oft er diese welle gemacht hat gern dankeschön für geisteskerne long perle danke so kummer was wir bekommen eine rarität oder was donnerknochen lecker was noch riesenmuschel anhänger schauen was das ist die abklingt zeit aller zauber leicht 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 ist halt leicht da wir schauen mal ob wir hier hier wird für jeden erfolgreichen leicht 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 auf fokus ok das gut nehmen wir mal mit passt so dann würde ich sagen wir sind hier fertig und dann sehen wir uns in der nächsten folge machen wir dann die quest line von dem wildschwein und danach sind wir eigentlich eigentlich komplett dann mit kapitel 2 fertig oder sonst fällt mir jetzt nichts ein müsste ich noch mal schauen ob wir alle meditation spots haben ob wir die items alle eingesammelt haben also quest mäßig fällt mir jetzt nichts ein was wir noch machen sollten könnten sagen ist soweit fertig ja würde ich sagen ende dieser folge sind wir fertig nächstes mal weine quest die einmal schwein quest und dann machen wir den kapitel boss hier kann man fahren übrigens da habe ich ja gesagt hier gibt es geisteskerne bei den gegnern vielleicht krieg ich was nee habe ich nicht bekommen ist gut also danke und bis zum nächsten mal ciao ciao